Hi ihr Lieben, ich wollte einmal ein herzliches Willkommen sagen an alle, die neu auf meinem Kanal sind. In letzter Zeit sind super, super viele Leute dazugekommen und ich freue mich total, dass du mich abonniert hast und zuschaust und wünsche dir ganz viel Spaß beim Auskundschaften meiner Trilliarden-Videos, die ich schon gemacht habe. Und genau, hier kommt noch ein neues. Und zwar, wie du hören kannst, habe ich gerade meine erste Erkältung diesen Herbst erwischt und trotz gesunder Ernährung und guter Pflege, also viel Ruhe und viel Draußensein, Abwehrkräfte stärken und so, kann das einfach mal sein, dass die Umweltkräfte, die Umwelteinflüsse so stark sind, dass sich der Körper einfach nicht wehren kann. Und dementsprechend wollte ich ein paar Tipps mit euch teilen, die mir immer helfen, wenn die ersten Anzeichen da sind, aber auch später, wenn das Ganze bereits ausgebrochen ist. Ich habe es gerade schon gesagt, Ernährung ist super wichtig, um die Abwehrkräfte zu stärken. Aber wenn die Abwehrkräfte schon geschwächt sind, ist das erst recht richtig, richtig wichtig, dass du keine kontraproduktive Nahrung zu dir nimmst. Heißt, bitte kein Junkfood, bitte kein Zucker, bitte kein Koffein, kein Teein, weil das Sachen sind, die stimulierend wirken. Und wenn die stimulierend wirken, dann ist das nicht unbedingt dafür geeignet, dass dein Körper Ruhe bekommt und die ersten Anzeichen der Erkältung gut bekämpfen kann. Isst ganz viel Obst, isst ganz viel Gemüse, da kriegst du Vitamine, Mineralstoffe, die braucht dein Körper, um sich zu stärken. Und das solltest du generell sowieso immer tun, aber bei Erkältung ist das noch viel, viel wichtiger. Wenn ich die ersten Anzeichen merke, sei es, dass ich mich total geschwächt fühle und ich weiß nicht so richtig warum, also wirklich so ein drückendes Gefühl auf meinen Körper verspüre oder schon die ersten Anzeichen im Hals habe oder mir mein Ohr schon wehtut, fange ich an, rohen Knoblauch zu essen. Und zwar eine bis drei rohe Knoblauchzehen pro Tag. Ich habe aufgehört, damit es pur zu essen, weil ich gemerkt habe, wow, davon kann einem ganz schön instant schlecht werden, weil das so intensiv ist, dass der Körper einfach eine totale Apfelreaktion dagegen hat. Dementsprechend nehme ich den jetzt mit Apfelmus oder zerdrückt auf Kartoffeln oder sowas oder zusammen mit Tomatenmark, du kannst auch den Knoblauch mit Honig, wenn du Honig isst. Ganz egal, versuche einfach diesen Geschmack irgendwie abzumildern. Zitrone geht auch ganz wunderbar und dann das Ganze einfach über deinen Salat geben. Den Knoblauch entweder pressen oder super fein hacken. Ja, das ist meine Geheimwaffe Nummer eins. Aber ihr seht ja, es hilft auch nicht immer. Also das sind alles nur Dinge, die dann symptommildernd helfen können. Was ich auch total empfehlen kann, sind Tees. Salbertee, Ingwertee, Kamilletee. Ich bin ja ein totaler Fan davon, Sachen selbst zu sammeln. Und dementsprechend nehme ich auch sehr gerne Hagebuttentee. Hagebutten könnt ihr jetzt sammeln. Die sind jetzt reif. Das sind die kleinen Dinger, wo man in der Grundschule immer das Juckpulver mit abbekommen hat. Und die schneidet ihr einfach auf. Gieß dann einen Tee davon auf. Wunder dich nicht, warum er nicht rot wird. Das liegt daran, dass es kein gekaufter Hagebuttentee ist. Bei dem gekauften Hagebuttentee hast du nämlich immer Hibiskus mit drin. Und deswegen wird der rot. Hagebutte ist von Natur aus nicht rot, wenn man einen Tee draus macht. Nur die Frucht an sich ist rot. Was ich auch total empfehlen kann, mit Salbertee kannst du zusätzlich auch gurgeln. Also gurgeln ist ja fast eigentlich klar, aber vielleicht für diejenigen, die es nicht unbedingt wissen, was dieser Begriff bedeutet. Du nimmst einen Schluck. Kann auch Wasser sein im Übrigen. Wenn du beim Zähneputzen im Winter und im Herbst einfach daran denkst, immer so 30 bis 60 Sekunden lang einfach nur mit Wasser dann in deinem Mund zu machen, dann sorgt das schon dafür, dass die Bakterien, die sich hier so ein bisschen angesiedelt haben, mit ausgespült werden. Und ja, also das kannst du mit Tee dann genauso gut machen und das hat dann nochmal eine extra Wirkung. Womit sich auch wunderbar gurgeln lässt, ist Salzwasser. Also einfach ein Glas Wasser nehmen und da so eine Prise Salz reinstreuen. Das auflösen, indem du einfach rund rührst und dann gurgelst du damit über den Tag verteilt. Das hilft auch immer ganz gut. Bei Erkältungen kommen ja auch oft Kopfschmerzen mit einher. Und da ist mein Tipp. So einen halben Zentimeter Ingwerwurzel nehmen in den Mund. Kauen. Ja, es ist extrem intensiv, ich weiß. Aber es hilft genauso gut gegen Kopfschmerzen wie eine der führenden Kopfschmerztabletten. Und was du auch machen kannst, wenn du keinen Ingwer zu Hause hast, dann nimmst du einfach zwei Nelken und tust die in den Mund und kaust da drauf rum. Und dann dauert das genau wie beim Ingwer ungefähr so eine Viertelstunde. Und dann wirkt das auch ganz wunderbar gegen Kopfschmerzen. Im Übrigen auch gegen Zahnschmerzen. Und falls du mal Zahnschmerzen haben solltest, Nelke, super. Das sind jetzt alles Sachen gewesen, die man sich kaufen kann, um dann mit seinem Körper etwas Gutes zu tun. Aber es gibt auch kostenlose Sachen, die dem Körper dabei helfen, die Erkältung abzuwehren bzw. schnell wieder gesund zu werden. Und zwar in erster Linie Ruhe und ganz viel Schlaf. Dein Körper braucht Ruhe, um gegen diese ganzen Viren und Bakterien und Keime anzuarbeiten. Und die solltest du ihm geben und dementsprechend frühzeitig auf der Arbeit Bescheid sagen, hey Leute, ich kann nicht kommen. Ich bin auch eher so ein Typ, der sagt so, auch solange ich nicht todkrank bin, kann ich auch hingehen. Aber, ja, deswegen sitze ich jetzt hier und habe eine Erkältung. Wäre ich nämlich einfach nicht hingegangen und hätte ich abgesagt, dann hätte es wahrscheinlich einen Tag oder zwei Tage gedauert. Und dann wäre das Ganze komplett ausgeheilt gewesen bzw. gar nicht erst so schlimm aufgetreten. Also, Leute, gönnt euch Ruhe, gönnt euch unglaublich viel Schlaf. Meistens merkt man das ja auch schon und dementsprechend sollte man sich nicht pushen. Und was man auch ganz oft merkt, ist, dass man weniger Appetit hat. Und darauf sollte man auch hören, denn der Körper weiß ganz genau, wann er Nahrung braucht und wann nicht. Und Nahrung zu verdauen kostet halt auch Kraft. Und dementsprechend signalisiert er dann halt auch so, hey, lass mal sein so, brauche ich gerade nicht so viel. Und was auch sinnvoll ist, ist, wenn du deine Mahlzeiten eher so konzentriert zusammenpackst, die du isst. Also jetzt nicht morgens isst, mittags isst und spätabends nochmal isst, sondern vielleicht einfach nur morgens und mittags. Und den Rest des Tages wirst du dann wahrscheinlich eh merken, okay, ich habe keinen Hunger. Genauso wie Tiere das eben auch haben. Und Tiere, wenn sie krank sind, essen halt auch nicht großartig viel. Und in der Zeit, wo du halt nichts isst und quasi fastest, da hat dein Körper noch viel mehr die Möglichkeit, sich zu regenerieren und dich gesund zu machen einfach. Wenn die Nase zu ist, dann hilft es mir persönlich immer am meisten, wenn ich inhaliere. Ich habe nicht so ein fancy Inhalator-Ding, wo nur meine Nase und mein Mund so reinpasst. Dementsprechend nehme ich mir einfach eine Schüssel, kipp da heißes Wasser rein, tue da zum Beispiel Salbeiblätter rein, eine Handvoll oder ein paar Tropfen Pfefferminzöl oder Eukalyptusöl. Es hilft auch sehr gut gegen Husten, also nicht nur für die zugestopfte Nase, sondern auch wirklich für komplett alle Atemwege. Was gegen Husten auch noch sehr gut hilft, Lindenblütentee oder Spitzwegerichtee. Das sind beides Sachen, die ich im Sommer gesammelt habe. Spitzwegericht findest du auf jeder Wiese und an jedem Wegesrand irgendwie da, wo der Boden so ein bisschen mehr verdichtet ist. Und Lindenblüten, also Bäume, Linden, ja, die stehen halt auch überall rum. Und ja, genau, dementsprechend im Sommer vorbeugen, damit man im Winter davon profitieren kann. Dann gibt es ja noch dieses altbewährte Hausmittel mit dem Honig und den Zwiebeln. Du kannst auch einfach den Honig weglassen, wenn du keinen Honig möchtest. Und kannst einfach Zwiebeln in ein bisschen Wasser einmal aufkochen und die Zwiebeln dann entweder auspressen und den Saft dann nehmen, was ich persönlich für bekloppt halte. Weil warum nicht einfach die Zwiebel in den Mund tun, gut kauen und dann runterschlucken? Dann kriegt man noch mehr Vorteile dieser Pflanze. So, ich hoffe, die Tipps waren hilfreich für euch. Ich werde jetzt auch nochmal gesund und tue mir nochmal ein bisschen Ruhe an und wünsche euch gute Besserung und bis zum nächsten Mal.